Hallo und herzlich willkommen in Schnubbis Playground zu einem neuen Stream. Und zwar, ähm, unschwer zu erkennen, Fallout 4. Ich muss dazu sagen, ich habe noch keinen Teil der Reihe gespielt. Ähm, so wie diesen hier auch nicht offensichtlich. Heute rausgekommen, seit heute morgen etwa 7 Uhr spielbar. Ähm, ja. Kennen Fallout 4, äh, kennen die ganze Fallout 3 eigentlich nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber das wurde so gehypt, dass ich einfach mal auf den Hypetrain aufsteigen musste. Und mir das direkt auch vorbestellt habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe ihr auch. Geht schon mal wunderbar mit dem Ladescreen los. Herrlich. Bethesda Game Studios presents Fallout 4 Yay! Krieg Krieg bleibt immer gleich Im Jahr 1945 diente mein Ur-Urgroßvater in der Armee Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn. Ich bin ja noch nie gesehen, wenn er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Pusons getriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging in den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich einzeln der Arme gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Oh, nur die verwendeten Spielzeuge darin ändern sich. Aber diesem tragbaren Computer habe ich immer echt gedacht. What the fuck? Du wirst es Ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen schon. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Das finde ich ja schon mal ziemlich geil. Ähm, die Charakteristellung haben wir ja schon mal bei der E3 gesehen. Und hier, das ist so wie eine Art, ähm, ja, Gespräch zwischen den beiden ist. Aber auch wenn Fallout hier eigentlich normalerweise immer mit einem Kerl gespielt wird und der auch die ganze Zeit darüber gesprochen hat. Als Gamer habe ich ja keine andere Chance, eine Freundin zu kriegen. Und deswegen, deswegen baue ich mir eine Frau. Äh, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Nase, Rücken. Typ. So eine süße Nase. So eine süße Nase. Oh mein Gott. Na, ach, eigentlich ist die Nase ganz okay. Äh, annehmen. Farbe kriege ich die schwarz färben oder was? Bisschen rosig. Ah, das ist die gesamte Gesichtsfarbe dann. Sonnengebräunen, vergerbt, verbrannt. Bräunt. Kupfer. Kastanie. Bernstein. Kaffee. Noch nicht. Umbra. Tiefbrun. Ups, dunkel. Äh, ich noch rosig. Du bist schön, weißt du das? Danke. Aha. Ähm. Kinnbacke. Äh. Ich sehe ja keinen Unterschied. Bevor ich da irgendwas kaputt mache. Hals. Der muss natürlich geformt werden. Den Typ ändern. Der Hals ist cool. Leichter Ausschlag. Ja. Das gefällt mir. Leichter Ausschlag. Ja, das gefällt mir. Oh mein Gott. Leicht gebräunt. Äh. Ja, doch. Warum ist der Hals gebräunt? Der Rest ist aber nicht. So hübsch. Zerklüftet ist also hübsch. Faltig. Nein, ich bleibe da cool. Sind ja hübsch. Kinn. Bup, bup, bup. Umfang. Achso, ne. Umfang ist ja nicht so. So. Äh. Ja, passt. Ich sehe noch immer gut aus. Noch immer gut. Das ist ja vertrauensregelig. Vertrauensweckend. Mund komplett. Typ. So ein tolles Lächeln. Upsala. Wieder eine übersprung. Oh ja. Das geht. Vorsprung will ich nicht. Das passt nicht zu dem Kinn, was ich gehört habe. Feig sind. Was ist denn Feig sind? Ja, das sieht ganz gut aus. So, was kann man noch ändern? Äh. Kiefer Mitte. Kiefer Kinnbacke. Äh. Gesicht unten. Das ganze Gesichtform. Okay. Augenglieder. Passt. Die Augen selber. Oh, ne. Äh. Typ. Wo ganz oben. Ausgeruht. Ne, das passt ja nicht zu mir. Ausgeruht geht ja nicht. Müde ist immer gut. Müde passt. Dann sieht es aus wie ich. Ich nehme jetzt einfach die. Ich finde das so geil, wie die immer so negative Sachen hochloben. Wie geil das auch aussieht. Augenbrauen komplett. Ja, passt. Stimmt, das ist auch okay. Aber die Frisur ändern wir noch. Stil. Mal ganz oben angefangen. Schall und Wahn. Schall und Wahn. Ja. Das passt doch zur Apokalypse. Verpflichtet. Kurzhaarfrisur. Imposanter Intellekt. Nette Umschreibung für Nerd. Naturschönheit. Naja. Okay. Strafverteidigerin. Die Seriöse. Sag ich mal ruhig. Wir müssen jetzt seriös wirken. Franzentanz. Die Schweißerin. Ach so sehen also Schweißerinnen aus. Die Anspruchsvolle. Uh. Ziemlich sexy. Summa Cum Laude. Ach Bob habe ich vergessen. Sorry. Bob. Also so sieht also ein Kerl namens Bob aus. Summa Cum Laude. Skrupellos. Oh. Das passt doch. Verrückter Morgen. Rarte Nacht. Oh mein Gott. Die sieht fertig aus. Unterwegs. Mädchen. Ach so. Femme Fatal. Ja. Mädchen auf dem Zöpfchen. Der natürlich im Herzen noch jung. Einem Zopf. Göttin der Vorstadt. Keine Entschuldigung. Agent X. Fräulein Noir. Abendfrisur. Und elegant habe ich jetzt. Äh. Was wollte ich eigentlich haben jetzt? Warte Nacht. Ne. Folgter Morgen. Ne. Skrupellos. Was ist Skrupellos? Ne. Eigentlich nicht. Fuck. Ich habe vergessen, welchen davon ich jetzt habe. Wir müssen noch mal alle durchgehen. Sorry. Ne. Das nicht. Die Essen waren es nicht. Oh. Nee. Nee. Das Skrupellos sieht ein bisschen fansig aus. Eigentlich schon gar nicht schlecht. Der Weg sieht eigentlich auch noch ziemlich okay aus. Verteil. Nee. 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 Im härten Jungen. Passt eigentlich auch so ganz gut. Aber ich stehe eigentlich nicht so aufs Webseil. Das ist ein bisschen doof. Und dann nehme ich mir das Skrupellos einfach. Vielleicht gibt es ja zwischendurch einen Friseur. Dann kann man das wieder ändern. Dann bin ich schon vorbei, ja. Hey. Warst du gestern beim Friseur? Mein Gott. Wie hast du das denn mitbekommen? Vielleicht weiß ich jetzt. Innerhalb von wenigen Sekunden haben wir die Frisur geändert hat. Also Apokalypse-mäßig passen diese hellen Farben eigentlich nicht. Zeig trotzdem mal so durch. Ich meine klar, auch in der Apokalypse ist blonde Frauen. Aber ich möchte ja schon zum Setting so wie der andere halt. Wie der Kerl auch so. Eher so schwarz oder dunkelbraun. Ein warmes schwarz, ein nachtschwarz. Angegraut, stahlgrau. Ah, oder direkt weiße Haare. Oder gebleichte Haare dann. Wurde mir gleich die Pixel... Äh, die Pixel... Wurde mir gleich die Farbe von der Apokalypse entzogen. Ne, ein warmes schwarz sah ganz gut aus. Ich hab den besten Friseur. Dankeschön. Äh, Extras. Was gibt's denn zu Extras noch? Make-up. Oppala. Lip Liner, Lipgloss. Matte Lippen, Lippenstift, Eyeline, bla bla bla. Liedstrich, Liedstrich. Ach, mir kommt, interessiert mich eigentlich in der Apokalypse herzlich wenig, ehrlich gesagt. Ich weiß sowieso nicht, was bei den meisten nicht was ich nenne. Ah, Lipgloss, da geht ja der Lippenstift flöten. Ich lass das einfach mal so, wie es war. Ähm, male. Sommersprossen, Sommersprossen, nochmal Sommersprossen, Leberfleck, das sieht aus wie eine Warze oder sowas. Ganz viele Leberflecken. Leberflecken unten. Und Leberfleck auf der Nase. Okay, bei Male dachte ich mir so an... Marke. Augenhöhle, Schatten. Lippen. Hä? Lippenfarbe? Da ist auch eh Lippenstift drauf. Grobes Gesicht. Das passt ja zum männlichen Charakter, finde ich. Stirnmarke. Ich hab einen Stirnmarke. Ich seh keinen. Aber jetzt nicht einen. Fang pflegen. Ich find das ja ganz geil, dass es sowas überhaupt gibt mit den Makeln und so weiter. Dass man sich halt, wenn man will, zum Setting passend einen Charakter erstellen kann, der halt nicht perfekt ist. Aber irgendwie... Ich search hier trotzdem mal so ein Durch, falls es noch irgendwas gibt. Aber eigentlich find ich das halt nicht so geil. Ja, wenn ich mir schon einen Charakter stelle, dann soll er auch vernünftig aussehen. Also deswegen nutze ich das halt meistens nicht. Auch wenn jetzt hier zum Beispiel Sonnenbrand ziemlich geil wäre. Und man die ganze Zeit in der Sonne rumrennt. Oder fast die ganze Zeit wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich geh jetzt ja nicht. Okay. Checkout auch an verschiedenen Stellen. Das war's auch schon. Und ich hab einen Schaden. Nabel links lang. Ach da. Das richtige links. Verbrennung. Ja, Nabelverbrennung und so weiter. Äh, Narbenverbrennung. Nasenfurche. Okay. Nasenrücken. Ein kleines Lippenschnittchen. Hahaha. Sorry, aber da musste ich gerade irgendwie in den Joker denken. Ich frag mich warum. Warum denn so ernst? Aber wie gesagt, ich stehe nicht so auf den Schäden und Narben und so weiter. Deswegen gehen wir mal zum Körper. Ja, so ein schönes Gerippe einfach. Okay, das ist eine schöne Definition von groß. Groß heißt also heutzutage dick. Dann bin ich groß. muskulös. Das sieht ja auch krank aus. Hör doch mal auf, sich ständig wegzudrehen. Meine Güte. Eigentlich sah das ganz gut aus. So, Standard-Dingsbums. Standard-Figur. Das passt schon. Ähm, Gesicht hab ich. Gesicht 1. Ich kann nicht... Achso, doch, da. Gesicht. Äh, da, 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 da. Abbrechen. Na, okay. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, dass ich verschiedene Gesichtstypen auswähle. Ah, jetzt ist zu spät. Egal, fertig. Jetzt hab ich mir das Gesicht schon individualisiert. Habe ich voll übersehen. Tut mir leid. Achso, ich steuere schon. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine, äh, Ladescreen ist, oder sowas. Ich beeile mich ja schon. Keine Sorge. Ja, beeile dich mal schneller. Ähm, hopp. Geh's mal hier rein. Hallo. Wäsche war rein. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Ja, das ist auch immer das Erste, was ich denke, bevor ich mir eine Waschmaschine anschalte. Wie toll das Produkt doch ist und von wem das kommt. Das soll Cotsworth erledigen. Ach, stimmt. Die haben ja ja einen komischen Butler da. Haben wir mitnehmen als Waffe. Abraxo. Abraxo. Wenn's richtig sauber werden soll. Oh mein Gott, das ist eine wandelnde Werbetafel, die Frau. Ein Stuhl. Setz ich mich erstmal in die Kammer. Was haben wir noch? Ein Kinderzimmer. Baseball-Handschuhe. Ja, aber ein Waffe, ne? Besser wär das. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Autofahren lernt. Solltest du dich von der Straße färden halten. Da kann man wieder nur sitzen. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Ich bin doch auf. Du bist special. Schrank kann ich nicht bei Dingsbumsen. Blast Radius. Ich kann auch nichts mitmachen. Ja, Tür öffnen, schließen. Mit dem Ball auch nicht. Einköhnt. Das war jetzt spielen, okay. Juhu. Juhu. Ich bin so stolz auf ihn. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Ach, wieso das denn nicht? Man kann nie genug Kleidung anhaben. Besser ist das. Achso, das war schon. Ups. Ach, ja. Sonntag hätte ich auch gerne in meiner Wohnung. Da würde ich nie wieder aufstehen. Ach, Zuckerbomben. Ich habe da gerade zurückbomben gelesen. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Dann darf man nie wieder was anderes essen. Also an dem Tag nichts anderes mehr, was irgendwie Zucker enthalten könnte. Den Hund finden wir wohl nie wieder. Oh doch, das werden wir. Und wenn ich das ganze Leben lang suchen muss. Ich glaube, ich sehe mal nach dem Leiden schon. Wir waren anfangs zwar etwas nervös, aber... Ich laufe noch, weg. Ach, der erste. Ach, ich habe gar nicht bekommen, dass er inzwischen mitgekommen ist. Trinken! Oder auch nicht trinken. Das ist hier die Frage. Gorknack, der Barbar im Dschungel der Fledermaus-Babys. Ach, das ist der Fernseher, der die ganze Zeit quatscht. Machen wir den Fernseher aus, die unter den Nerven... Okay, Fernbedienung. Na, keine Fernbedienung. Echt jetzt? Noch etwas früh, um mit dem Trinken anzufangen. Es ist nie zu früh dafür. Nettigkeiten will ich nicht haben. Ich kann den scheiß Fernseher nicht ausmachen. Oh mein Gott. Weiß Radio geht, aber... Ein paar alte Holoband-Aufnahmen. Ja, dann... Abspielen. Dann nicht. Dann nicht! Leg dich doch gehackt. New Cola. Kluck, kluck, kluck. New Cola dann halt. Oh, na, das ist doch schön. Und Steak ist. Aber ich habe ja mehr in meinem Kühlschrank stehen als die. Und die haben eine ganze Familie. Früh übt sich, wer immer einen Trinker beenden will. Brot. Keine Ahnung. Warte ich nochmal mit dem. Wie, da ist jemand? Das ist die falsche Tür. Ich will aber vorher nochmal mit dem Roboter reden. Genießen Sie Ihren Kachelbär. Geht der nicht. Hey, Kotze. Fassen Sie die Wäsche nicht an. Hoho, ich kümmere mich darum. Hoho, hoho, hoho. Lassen Sie das Geschirr ruhig stehen. Ich kümmere mich darum. Was würde ich dafür geben, das zu hören? Am besten jeden Tag. Lassen Sie die Arbeit ruhig liegen. Ich mache das schon. Und da wartet ja jemand. Äh, kein Interesse. Guter Morgen, natürlich. Was für ein Tag. Sehen Sie sich diesen Himmel heute an. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Hier bin ich jetzt gerade nicht froh, dass Sie hier sind oder Eile? Fragezeichen. Ja, hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz passen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Wort zu erhalten. Was? Genug Platz, bin beschäftigt. Verschwind nicht, will nicht in den sicheren Unterschlupf. Das klingt gut. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen, lukriaren Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen. Wer nicht? Ja, dann prüfen wir los. Erzähl mir mehr, sarkastisch, nein, ja, erzähl mir mal mehr. Was ist dieser Wort genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Nitranten. Eine bessere Zukunft unter der Erde, das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Na, dann bin ich mal sarkastisch. Die Apokalypse? Da bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Genau, richtige Einstellung. Erzähl was über dich. Voltec muss wissen, welche Art von Bürger du bist, um für deine Zufriedenheit zu sorgen. Fangen wir mal mit dem Namen an. Schnubi. Und weil ich eine Frau bin, noch ein kleines Nöder da hinten dran, dann bin ich Schnubbine. Stärke. Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im Wetz. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deiner Aktionspunkte verbraucht. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Beredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Hallo, ich hab Möpse. Natürlich kann ich gute Leute verführen. Also im Spiel meine ich. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du hast. Das ist sehr geil. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Glück zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Wahrnehmung 2, Ausdauer erstmal 2, Charisma mach ich mal 3 rein, Intelligenz auch 3, na vielleicht 4. Beweglichkeit 3 und Glück 2, 3, hier mach ich noch 2 Stärke rein. Und die anderen beiden, Ausdauer, physische Fitness, Gesundheit, Sprinten, aber mach ich mal so. Bin ich ganz intelligent und hab ganz viel Charisma und der Rest passt sich schon irgendwie an. Annehmen. Wunderbar, das war alles. Äh, ich bring das jetzt nur noch zum Ball. Herzlichen Glückwunsch, die sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ähm, danke nochmal. Knall die jetzt hier zu, danke nochmal. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Hm, gute Antwort. Ich hab meine Momente. Ja, jetzt bin ich auf plötzlich auch charismatisch, weil ich das gerade auf den Bogen angegeben hab. Ich glaube, er braucht diese mütterliche Zuwendung, die sie so beherrschen. Geh du Schatz, ich helf dir gleich, okay? Diese mütterliche Zuwendung, die sie so beherrschen, natürlich beherrschen, sie ist eine Mutter. Jegliche Zuwendung ist automatisch Zuwendung. Äh, mütterliche Zuwendung. Hallo? Hallo? Ich hab das Mögel über deine Widerletze verkriegt. Warum probierst du es nicht mal aus? Was hat er gemacht? Scheiße, jetzt hab ich gar nicht aufgepasst, welche lauter er gemacht hab. Oh, wie die? Ah, okay. Das hatte ich doch wünschung benutzt. Ja, das ist mein Name. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Na ja, meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Genau, der Park. Mit dir. Weil ich wieder schwanger werden will. Sir, ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Gottwirt, was ist los? Ja, wir folgen von Blitzen, Grellen, Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unseren Partner sind in den Wochen zu sein. Wir haben... Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole. Bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Bord. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Einwohner von Sanctuary Hill. Wenn Sie registriert sind, wir geben Sie sich sofort zum Bord 111. Wir fahren zur Küste. Das müsste weit genug sein. Alle hier im Land. Fest, halt, kleiner Mann. Halt dich gut fest. Ach, lol, da hab ich das Mikrofon gemutet. Hehehe, tippt. Ist schon geil, ne? Wenn ich das Mikrofon mute und Selbstgespräche führe, da komm ich mir dumm vor. Wenn ich das Mikrofon an habe und Selbstgespräche führe, dann ist alles in Ordnung. Ich bin verletzt. Sie kommen nicht rein. Sie können nicht rein. Oh, 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 okay. Hey, ich bin X-Programm. Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nichts, gehen Sie nach Hause. Der World Tech Mitarbeiter darf nicht. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück. Wohoo. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Wir tun, was wir können. Sie draußen zu halten, ja. Mädels, wir müssen Sie runter. Ja, 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 ich laufe schon. Treten Sie bitte auf die Plattform. Keine Zeit, sich umzugucken in Ruhe. Kommst du? Du kommst nicht nur, okay. Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Ich liebe dich. Oh mein Gott. Bam. Runter, bitte. Geht das nicht schneller. Ah. Ah. Oh Gott. Die Mutter wirft sich nicht vor's Kind. Oh mein Gott. Geschafft. Wir haben's geschafft. Alles wird gut. Glaubst du? Lassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinaus. Ich glaub es nicht. Eine Minute später. Und wir werden alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Wir sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Jawohl, Sir, mein Sir. Geh schneller. Danke. Ah. Ich stell mir grad vor, wie der Typ sich da vertut. Männlich, weiblich, männlich, männlich. Ey, ich bin eine Frau, eine Sau. Ich folge. Du führst, ich folge. Wie ein braver Deutscher. Hier wird's, Entschuldigung. Einfach hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Wie lange werden wir wohl hier unten? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Und zuerst noch ein paar medizinische Vorkehren. Genau, zum Beispiel ewiges Leben. Was ist das denn? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffen, ich gebe, bitte so schnell, hier zu Hause. Hallo. Betreten Sie den Raum, wenn Sie so weit sind. Raum? Welchen Raum? Das Ding? Ach, eine Dekontaminationskapsel ist das. Sag das doch. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Wolf geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5. Also ich war gerade sagen, schon abgeschlossen, da hat noch nichts passiert. Ganz neues Leben sieht aus, als wenn wir eingefroren werden. Alle möglichen komfortablen Optionen und so. Es ist wirklich nur ein kältes Schlaf. Von wegen, es geht tiefer in den Wolf rein. Voll die Verarsche! Schweinebacken! Das ist schon. Das ist schon. Dad. Mach die auf. Klauen die Schweine uns das Kind. Klauen die Schweine uns das Kind. Klauen die Schweine einfach an das Kind und dann schießt es den Vater. Klauen die Schweine uns das Kind. 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 des Aufsehers. Essenz-Ubereitung. Essenz-Ach, Essenz-Zubereitung. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Otto Walkers mit Was erwartet... Was erwartet... Ach, Was erwartet. Ach man, ich bin zu. Egal. Mitarbeiterpflichten waren wir gerade eben. Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht, wollte ich die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung. Feindselige Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Von anderen... Weitere Angriffe. Ich hätte von anderen Fraktionen machen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingeschuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Walltech-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Walltech in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden. Einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Walltech-Mitarbeiter werden sich ferngestört um sie, kümmern, nachdem das Personal von Wallt 111 evakuiert wurde. Ja, damit sie dann, wenn sie aufwachen, nicht über das Personal herfallen, was sie belogen hat. Die Schweine. Obligatorische Schutzzeit. Wallt 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Wallt lebt, führt zu lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Walltech eintreffen, ist es dem Aufsicht, das Personal nach 180 oder 100 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Walltech während dieser Entwarnungsnachricht zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Walltech. Was für ein Lieseschef. schweil gerade. Wallt. Na, dann kommt ja nur noch Sicherheitsaufzeichnung. Samstag, 23. Oktober 2077. What? Oh Gott, das ist... Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass das Teil eines großen Experiments ist, sie einzuführen. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen nicht zugelächelt haben, bevor sie uns... äh... bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Definitiv. Weihnachten ist unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war eine fancy Letz... Achso, war ein fancy Letzkuchen. Verlatskuchen, keine Ahnung. Der nicht zu dröge war. Geile Ohrmkuchen. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Veraufsteher auch nicht. Ich verstehe sie nicht. Versuchen sie, etwas vor uns zu verbergen. Noch ein Geheimnis der Firma, das nur die für die hohen Tiere bestimmt ist. Fragezeichen. Nur noch ein paar Monate, dann sollte das in Warnungssinnat kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Montag, der 14. März, 2078. Nur noch... Äh, sorry, verschluckt. Noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es keine Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine nicht, dass ich seit Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett ansterben muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollten. Er verheimlicht uns etwas. Da bin ich mir sicher. Hier geht irgendwas Übles vor sich. Das spüre ich. 23. April 2078. Die Haustür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Oder es werden einige abgeschlachtet. Letzter Eintrag. Es kommt kein Entwarnungssignal von Vault-Tag. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkracker auf den Boden fallen gelassen hat. Das ist aber auch eine Todsünde. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollten ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben. Sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Allen geredet. Es ist zu weit. Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Man kann so werden alle sterben. verlassen. Ach, warte mal, da war noch was anderes. Äh, oder? Rollo-Bahn laden. Du hast keine Rollo-Bänder in deinem Inventar. Okay. Dann eigentlich. Setzen, setzen. Verzüglich verlassen. Von hier komme ich, glaube ich. Ja, gibt doch keinen anderen Ausgang mehr. Nihihi. Bup. Ach, endlich wieder. Bis in die Stimme schon. Ich bin radioaktiver seucht worden. Was zum Teufel. Das habe ich auch gedacht, dass ich sie gesehen habe. Was ist das hier? Achso, wo schließend? Was ist das? Nö, nix, nix, nix. Bierflasche um. Meins, meins, meins. Ich habe einfach mal alles mit. Was kann schon schief gehen? Gibt es hier wieder was Schönes zu lesen, endlich. Auf, Alter, Scheiße. Gibt es da wirklich? Auf, Semi-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeit-Terminals ist ein Privileg. Wenn die Abteilung zu reichen ist, kann dieses Privileg jederzeit berufen werden. Genießen Sie die verantwortungsvoll. Top 10. Rick, Tim, Blö, ist eigentlich egal, wer das ist. Rote Gefahr hinzugefügt. Oh, fuck. Rap, man, start game. Oh mein Gott, das hat er angekommen. How high can you get? Ready, set, go. Wir springen. Ja, statt Fässer werfen den mit Atombomben. Ach, wieso geht der da nicht hoch? Ach, fuck. Fail, fail. Wir versuchen nochmal zwei. Diesmal wirftet ihr in den anderen Rhythmus die Feuerbälle. Lol, die können sogar die Leitern nehmen, die Feuerbälle. Wo ist mein Schutzanzug denn hin? Ich glaube, ich kriege es nicht mehr hochzukommen. Quit game? Yes. Und das band nämlich mit, damit ich es später wieder zocken kann. Aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen weiterspielen hier. Also, das normale Spiel spielen. Frühschrank ist leer. Cover das nehme ich mit. Kochbleit nehme ich auch mit. Wer weiß, wozu man die noch brauchen kann. Trink, trink was, trink was. Nichts. Trinken heißt in dem Fall wohl anmachen. Waspen trinken. Das waspen trinke ich auch. Das Klo trinke ich auch aus. Das war es auch schon hier. So, das macht die Tür wieder. Also, neue Zukunft und alle Konfortoptionen war ja am Anfang mal mehr als gelogen. Ach, das ist ein ungeworfenes Bett. Ich dachte, das ist irgendwie ein... Egal. Egal, dann geht es mal weiter. Boop. Das sieht schmerzhaft aus. Da sollte ich vielleicht nicht durchgehen. Oh. In your face. Ach, mit LT kann ich blocken. Okay. Geblockt wie Sau, aber das mit... Ach, die kann ich ja auch das Fleisch nimmt mich mit. Das Fleisch nimmt mich auch mit. Aber die Schläge sind teilweise extrem zeitverzögert, habe ich das Gefühl. Ein Skelett. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Ähm, da das Skelett ist, ist wahrscheinlich tot. alle von den Kackalagen da getötet. Ich glaube, ich sterbe auch noch an den Kackalagen, so langsam wie die Frau schlägt, hier. Ich habe einen Mann nehmen sollen, dann mache ich alles auf Stärke, dann haue ich die alle zu breiten. Hallo? Ist das alles, was noch übrig ist? Wahrscheinlich, ne? Oder für. 3, 2, 1, Stim-Packs. Stim-Packs stellen bis zu 30%, äh, doch 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her. Heilen für letzte Körperteile und können Favoriten irgendwas. Drücke Steuerkreuz, um dir eine Favoriten zu markieren, äh, als Favoriten markierte Gegenstände anzusehen. Will deinen Favoriten Gegenstand mit runter oder rechts aus und drücke A, um ihn zu benutzen. Aber den ersten Text habe ich jetzt nicht ganz durchgelesen. Verdammt, ich nur eins. Aufseher Termine. Willkommen bei Terminlink, bla bla bla. Anweisung für Aufseher. Vertraulich, 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 nur für Aufseher. Wollte, äh, ist dafür konzipiert, Langzeitwirkung, ah ne, doch, das ist ein neuer Text. Ich bin dafür konzipiert, den Scheinturz bei Unwissen. Neuer Text. Oder? Ne, den hatte ich vorhin schon mal vorgelesen. Kryolabor, ich habe lange davon geträumt, doch, das ist neu. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator, mein Gott, was für ein Name, ist mein neuester Versuch, glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Kryolator, Betriebsprodukt, Handbuch, kenne ich schon, auf sehr Logbuch. Vorbereitung. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Volt-Technik-Kontrollleute waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Volt ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen, ich wünsche fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Aber nur fast. 23. Oktober. Es ist passiert, wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit, als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelt. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Wir sind besonders, wir werden besonders erwähnt. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hebten, aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Ihr wart live dabei, ich hab sie in Frage gestellt. Ich muss auf mich gewundert, was der Scheiß ist. Systemdefekt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel 3, das Objekt schienen Herzrasen zu haben. Nichts lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hatte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in Voltex-externen Überwachungssystem dazu hat geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Nein, werden sie nicht. Vorräte werden knapp. Es kam noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 100-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorher gesehen, dass die Vorräte viel länger reichen. Trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 100-tägige vorum sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Volt-Versilligung zu früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Volt nicht länger öffnen und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle haben, erhalten, bis die Entwarnung kommt. Okay, also waren die Wartungsmitarbeiter und sowas im vorherigen Dings einfach nur pauniert und das ist gar nicht so, dass er hier irgendwas Größeres vorhatte. Meute Leih, Meute Leih. Eine Kruppe unter der Führung des Sicherheits Personals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Volt verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten hält, ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Ja, jetzt zeigt sich, was das für eine A ist. Da muss ich kurz was trinken, Moment. war das wieder typisch. Die Leute, die dann über die Vorräte entscheiden, teilen sich das natürlich zuerst zu und die anderen müssen halt sterben, solange man selber überlebt. Die Personalevakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor sie Volt111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse ihrer Mitarbeiter auf, wenn sie sich an den Volt-Tech vorgesetzt um weitere Anweisungen zu erhalten. Okay, dann kann ich jetzt da durch das Ding gehen. Den habe ich schon gut achtet. Korre Kryol Entsperren Meister. Als ob ich später noch wüsste, dass es hier noch was gibt. Munition noch eine Pistole Nice. Habe ich eigentlich Speicher Schnellspeichern Laden 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 Hier vielleicht Oh, hier kann ich auf Setperson wechseln. Die Kommode ist leer. Die auch. Das Ding ist kein Behälter. Ach, Y ist springen. Y ist springen. Was für eine komische Taste für springen. Oh, ich hatte schlafen. Ich muss weiter in Bewegung bleiben. Weißt du, machen sie mir Hoffnung, können sie schlafen und dann kannst du jetzt nicht schlafen. Gut, da halt das die Rentenbergchen, da kann man vielleicht verkaufen. Oder tauschen oder sowas. Ah, geh da rein. Weiß ich nichts. Abstolen Puppe. Okay. Wenn ich das jetzt normal aktiviere, kann ich die wegstecken? Ja. Nee, doch nicht. Warte, da war irgendwas drin. Hardlammern brauche ich unbedingt. Vor-Kriegs-Geld. Naja, Geld ist Geld. Kann ja nicht Schaden mitzunehmen. Irgendum mit einer Waffe zu zielen. Na, mache ich doch. Ach, da ist ein Dings. Um Gegner mit Watz zu anvisieren. Um ein Ziel für einen Angriff zu markieren, drücke RT. Mit Schusswaffen, wie siehst du? Bla, links, bla, bla, bestimmte Körperteile an. Nachkampfwaffen ist das dagegen nicht möglich. Aber mit dem rechten Torso ist es dann, äh, gerade schon, mit dem rechten Stick ist es dann Auswählen von Gegner. Ich kann mal davon aussehen, mit einem Schuss tot sind die Gegner, egal wo der Schuss landet. Drücke B, um das System zu verlassen. Körperteil, bla, 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 ach so, annehmen. Bäm, was für ein Skillor. Hätte kacke Laken erschossen, oh mein Gott. Ähm, so, reload mit Nix, okay. Sehr schön. Ah, da sind noch welche. Äh. Mein, wie kann ich jetzt trotzdem wieder zuschlagen? Bäm. Ach, da ist immer noch einer. Ach, ich kann mich da dazu schlagen, okay. da kann ich immer noch schlagen und das andere schießen. Sehr nice. Aber ich weiß immer noch das, ich glaube, das ist ziemlich stock beim Spielen gerade. Manchmal zumindest. Ich würde trotzdem interessieren, wie ich diese Waffe jetzt wieder wegstecken kann. Irgendwie scheint das gar nichts zu geben. Ja, nachgeladen habe ich schon, danke. Oder ich bin einfach zu doof dafür. Äh, hier hatte ich genau auf First Person gewechselt. Er ist rein, um zu schleichen. Meide Licht, setze nach dem Vertrag ein und bewege dich langsam, um nicht entdeckt zu werden. Um Nahkampf auszuführen, während du eine Schusswaffe trägst, drücke RB. Das habe ich eben auch schon ausgefunden. Danke. Ja, die Kackgelagen leben noch. Das reicht doch. Oh Gott. Ja, bitte. Monite. eh, 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 eh. Ach, da, Monite. Oh, eins. Kann ich schwimmen? Vorsicht. Na, wohl nicht. Vorsicht, Gefahr. Oder nur. Achso, da ist die Gefahr. Ja, ich habe die überhaupt nicht gesehen, ne? Aber dann war das Vorsicht, bestimmt nicht geschwimmen. Dann gehe ich das auch noch mal rein. Okay, war keine gute Idee, das zu trinken. Ach, das ist nur ein bisschen bedeckt. Spiroothe. Spiroothe. Spiroothe, Spiroothe, Spiroothe. Spiroothe. Pitboi, parléuell. came in? Der Rest putzt dich von alleine. Copyright, bla bla, loader, bla, load irgendwas. Hallo. Däumchen, wenn ein Träumchen. Mit RT und LT wechselst du die Reiter. Bup, mit links und rechts wechselst du die Bereiche zwischen Waffen und Reiter. Ach, das ist jetzt mein Inventar, deswegen konnte ich es vorher noch nicht auswählen, weil ich ja vorher noch kein Inventar hatte. Drücke B, um den Pip-Boy zu verlassen und auf ihn zu greifen. Okay, jetzt habe ich auch mein Menü. Stat Status, Level 1, AP 100, TP 94. Special Stärke. Ja, das habe ich ja vorhin alles eingestellt. Und Skills habe ich gar keine. Ich bin schlecht. Inventar habe ich E-Ring an. Also, kleine Waffen, Pistole halt, zweimal. Untersuchen. Kann man sich nochmal Details anzeigen lassen. Standardschuss, kurzer Lauf, äh, Verschluss mal nicht. Standard Griff, Standard Magazin, herauszoomen, reinzoomen. 100 Millimeter, Feuerrate, bla bla, ganz viele Werte. Weiter geht nicht, verlassen. Klar, Fleisch, Stimpeck, Diverses, H-Klammern und rote Gefahr. Schrott. Ja, alles mögliche verkaufen. HC, Ränsel, Schrott. Sehr gut. Mods habe ich keine. Und Munition habe ich noch 103. Daten, Zeitreisen für Anfänger. Was soll da noch mehr? Oder? Zeitreisen für Anfänger sind meine Quest gerade. Werkstätten natürlich nicht. Statistiken kann ich mir noch angucken. Abschluss eine Quest. Ganz viele. Karte ist hier auch vorhanden. Nice. Verlasse Volt. Bin direkt daneben. Und Radio hören. Skill-Tabelle. Hupsala. Was habe ich jetzt gemacht? Stärke-Training. Stärke, repräsentiert, physische Kraft, wertbestimmt, bla bla. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich lasse es auch für einen Skill-Baum. Es scheint eine ganze Menge auszuskillen zu geben. Ist da ran. Was mache ich denn jetzt gerade mit den Punkten eigentlich? Ach, keine Ahnung. Also das ist meine Skill-Tabelle mit Y hier, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Ich sehe nicht, dass ich irgendwo eine Anzahl gehabt habe, dass ich hier Skill-Punkte habe oder sowas, die ich vergeben könnte. Deswegen aktiviere ich mal die Türsteuerung. Volt door remote click. Volt Türregelung, Sequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten. War hier nicht noch von irgendwo aus? Ne, da komme ich, glaube ich, her. Vielleicht nehmen wir noch was, was ich noch nicht erkundet hatte. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Meins, auch meins Werkzeugkasten brauche ich nicht. War hier leer. Wollen auch alles mitnehmen, ne? Nichts liegen lassen, was man vielleicht noch brauchen könnte. Äh, verdammt, hier glaube ich gerade, renne ich jetzt im Kreis. Habe ich zumindest irgendwie das Gefühl, ich warte doch schon mal oder nicht? Hier, doch nicht. Doch, ich komme hierher. Ups. Hat das einfach nur die Tür, die vorhin verschlossen war? Fail. Aber gut, habe ich wenigstens das Werkzeug noch gefunden. Fahrstuhlfahrt, Fahrstuhlfahrt. Aber es verlust sich, sobald ich jetzt hier in die Third Person gehe und nach unten drücke, dann rennt er auch nach unten. Wenn ich aber in die First Person gehe und nach unten drücke, dann rennt er rückwärts. Das ist total gewöhnungsbedürftig, das umzustellen. Möchtest du etwas ändern, Name, Special Attribute ändern, Aussehen verändern, ich bin fertig und verlasse die Welt. Den Volt, meine ich. Danke. Ich habe mich nicht dafür entschieden, was jetzt wirklich passiert ist. Blutkäfersaugen ihren Opfern nicht nur das Blut aus, sondern schießen auch häufig damit auf sie, was zu verzerrter Sicht führt. Zuerst, sagen sie mir mein eigenes Blut aus, sondern schießen sie damit auf mich. Was sind das denn für komische Freaks? Du kannst kochen irgendwas. Na, gut, erzählte eine Frau, wenn sonst kann ich mich kochen. Moch, ha, 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 ha. Ja, ist das schon geil, ne? So wieder rauskommen, kann man die kaputt machen. Boop. Ja, geht. Doppelst du, dass ich da jetzt wahrscheinlich nicht rankommen werde, oder? Kann man da hochklettern? Nö. Klettern geht also schon mal nicht. Als weiß ich schon wieder nicht, wenn man die Waffe wegsteckt. Hm, scheiße. Was gibt's denn hier so Schönes? Ach da. Red Away und ein Metallheimer. Du musst ja erst mal alles erkunden und ein bisschen Sache mitnehmen, ne? Nix. Dann ist mal ein gutes Auto. Jo, sehen Sie. Aschenbecher. Meins. Vielleicht stimmt auch meins. Ich glaube nicht, dass der da funktioniert. Stuhl ist auch meiner. Nehm ich alle mit. Kaffee, keiner sowieso. Stuhl, die Leiche am Stuhl ist ja immer voll egal. Krieg bleibt immer gleich. Willkommen im Ödland. Na, dankeschön. Tischventilatum. Ach, Mensch. Und dann war ich ja schon dran. Aha. Boop. Er lässt uns zu sprinten. Aber dann verpasse ich doch alles hier. Weiß ja nie, was man noch looten kann. Oh, da siehst du mal. Hubelblume. Nee. Hubelblume. Hubblume. Habblume. Hab ich nicht mehr gesehen. Wenn ich jetzt dadurch gesprintet wäre. So wie jetzt. Entdeckt Sanctuary. Einmal volltankeln, bitte. Gut, dann habe ich. Ich möchte mit Ihnen über Jesus sprechen. Oh, das geht noch. Nuka-Cola-Flasche. Meins. Die brauchen besser sicher eh nicht mehr. Rechtlos auch meins. Gut, dass die Kühl gehalten wurde. Moa. Ruckorten auch alle meine. Ruckorten. Die Kalu. Äh, die Kalu. Die Zahlungsmöglichkeit oder was. Die Lappe will ich auch mitnehmen. Alles meins. Meins. Schreibtisch ist leer. Kommode ist auch leer. Geh nach Hause. Ich bin doch gar nicht zu Hause. Ich bin in einem anderen Hause. Jetzt bin ich zu Hause. Oh, da liegt noch was. Und dann was natürlich auch meins. Ja, ist denn das die Möglichkeit. Die Möglichkeit. Natürlich ist das die Möglichkeit. Hallo. Was ist passiert? Das kann nicht sein. Alles tot. Äh, du bist noch hier. Ah ja, was ist passiert? Mörder meines Mannes. Er kann nicht tot sein. Sie haben ihn getötet. Ah, nein, eine bessere. Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Äh, was Sie da sagen. Diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen eine Ablenkung. Ja. Eine Ablenkung von dieser Gresten. Stimmt. Wir haben so lange schon nichts mehr mit der Familie gemacht. Oder vielleicht eine Charade. Schon nicht. Das. Sie brauchen eine Ablenkung. Wie geht es mit ihrem entführten Sohn? Hast du schon gesehen? Das ergibt keinen Sinn. Sie haben ihn mir weggenommen. Schon wurde entführt. Schon wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde mein Baby zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? Das ist unmöglich. Antwort mir. Hä? Ich habe doch gar keine Frage gestellt. Mir geht es gut. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210. Ich dachte nur 100. Was für ein Witz. Deine Schlecken zu verraten. Sie sind bestimmt total ausdrücklich. Manchmal halten dir Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir zu überlassen. Ich weiß nicht. Kein Essen, Essen beschaffen. Äh... Wie schwer es ist, jemanden zu überreden, erkennst du an der Farbe. Gelb, einfach rot, orange, mittelrot, schwer, bla. Aber um deine Überredungskünste zu verbessern, erhöhe dein Charisma. Woanders? Alles klar? Du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Was ist los? Ich... Ich... Das war schlecht. Zwei Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden will man dient. Die ersten zehn Jahre habe ich die böse gewohnt, aber normal war es voll aus. Wie ist man aus P.U.C. einfach nicht raus? Der hat Probleme. Ich weiß nicht, dass ein einverstürztes Haus abzuschrauben. Und das Auto... Wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Konzentrieren, hör auf, bleib bei mir. Äh... Konzentrier dich. Konzentration, Kotzwer. Ich weiß leider gar nichts, Mann. Die Bomben und Bieren und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte, wir sind es in der Familie, wir sind... Und... Stimmt ja zum Teil auch. ...und... ...und... Ich glaube, ihr Mann wollte es in den Schäden unter. Als Überraschung, hör mal ganz... Tja, ist alles geschehen? Holoband, das ist immerhin etwas... Es ist nicht viel, danke, Holoband. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachfrage für Sie. Meine Etikette-Protokolle erlauben Ihnen nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Wiese-Gerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pity Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also genug mit meinem Selbstbetracht. Sollen wir gemeinsam das Hütteln absuchen? Vielleicht finden wir Ihren Mann und den kleinen Schorn noch. Irgendwas ist gefährliches. Hast du was gefährliches gesehen? Oh, nichts ungewöhnliches, ah. Nesbige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ich bin stolz, dienen zu dürfen. Endlich darf er wieder dienen. Wird die Zeit angehalten? Ich glaube, ja. Stimpack, Red Away... Was ist eigentlich Red Away? Keine Ahnung. Inventar-Reiter-Invent kannst du Gegenstände zu Favoriten machen, indem du RB drückst. Das ist schön. Hilfsmittel, Habblume. Untersuchen. Was bringt die Habblume? TP, 10TP. Okay. Aber auch Radioaktivität. Können wir das nochmal gucken? Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht minus Radioaktivität? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es wird noch erklärt. Diverses, hey Schatz, Wiedergabe. Ich hoffe, dass wir die Fahrt nicht mehr machen können. Ich hoffe, dass wir das jetzt schon mal sehen. Nein, nein. Nein, nein. Deine Finger weg. Wo ist es nicht? Jetzt sag's. Nein, nein. Nein, nein. Oh, nein. Hallo. Hallo. Hallo, Schatz. Hör zu. Ich glaube, Sean und ich müssten Ihnen sagen, was für eine tolle Mutter du bist. Aber wir haben das noch nicht. Ist nett. Und liebevoll. Lustig. Ja, genau. Sehr geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeber, wie deine Mutter noch gesagt hat. Jetzt ist Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war natürlich ein Wunderwuchs, ja. Aber ich weiß, dass wir am besten Zeiten noch kurz sind. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, die wir uns gewöhnen müssen. Ich werde wieder ein ganz normales Spielchen. Buchstabstmann, dann doch mal die Klo machen. Bei allem, was wir tun. Ganz egal, wie spät es noch sein. Wie immer, dass wir es gemeinsam als Verständnis getrunken werden. Und jetzt sag auf Ihnen. Tschüss. Tschüss. Tschüss für immer. Oh fuck, jetzt bitte. Gepackt hat Ende. Verredet, zerredet für immer. Folgen wir dem Humor. Und laufen wahrscheinlich an ganz vielen Materialien vorbei. Kämpf. Ja, ich muss erst mal hier klauen. Einkaufskorb brauche ich unbedingt. Einen Seck mit einem Tafelmesser. Unter anderem. Was ist das? Jo, schönes Symbol. Möchte ich doch irgendwas aktivieren gerade? Oder ist wieder nur eine Tür? Geil. Plastikkürbis meins. Halloween vor Sünden. Blähfliege. Die Blähungen. Was ist denn der Typ jetzt schon wieder hin? Ach klar, den hatte ich schon. Haben die Post? Nö. Die Armen. Da ist er ja. Wo ist die Flagge? Sean ist irgendwo da draußen. Die Zeitverschwendung zu suchen? Ja, nee, ist klar. Sean ist da draußen, Kotzwerf. Ich muss ihn finden. Was ist mit Kokon? Äh, da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöpfen auf mich eingeschlafen, gewohnt nach Hause laufen musste. Du bist nutzlos. Danke, Kotzwerf. Danke, Kotzwerf. Aber wenn der unbedingt dienen will, warum kommt der nicht immer mit? Ach, jetzt kann ich den Fernseher ein- und ausschalten. Also, könnte ich, wenn der funktionieren würde. Mit Kotzwerf reden. Ja, komm, weg. Da gibt's nüscht da. Nüscht da, nüscht da. Es rappelt in der Küche da. Handtücher brauche ich unbedingt. Hallo. Kann ich mitnehmen. Kürbis im Babybett. Da haben sie irgendwo was vertauscht. Falls ich das Kind finde, habe ich gleich eine passende Rassel. Aha. Schirmlose Tischlampe. Unbedingt. Achso, das ist der Fernseher. So, was soll ich jetzt machen? Die Richtung. Also, was soll ich nicht irgendwo auch den Hund geben? Ich bin nämlich der Meinung, man kann ja noch zurücklassen, wenn man nicht richtig erkundet. Oder es, vielleicht kommt er auch einfach noch, aber ich dachte eigentlich, das wäre gleich im Startgebiet gewesen. Ist aber auch schon eine Weile her, dass ich den Schweller dazu gesehen habe. Da war ich glaube ich schon drin. Das ist mein Haus, da war ich da auch schon drin. Das ist kaputt. Klebeband, Skalpell und Silbergabel. Wer hat denn im Werkzeugkasten ein Skalpell? Leute gibt es provisorische Batterien, nämlich auch mit Waffenwerkbank. Könnte ich das herstellen. Ich habe zwei Pistole. Eigentlich reicht eine, ne? Hoffe ich. Ja. Ich kann der Pistole sogar einen Namen geben. Gut. Auf Standardverschluss modifizieren. Geringeres Gewicht, verringerter Schaden, erhöhtes Gewicht, verbesserter Schaden. Schraube, Stahl, Zahnrad und... Ich habe sogar alles dafür. Aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Aber schon nicht schlecht zu wissen, dass man hier diese als Modifizierungs- und Herstellungsstation an deinen Werkstattorten haben, automatisch Zugriff auf alle eingelagerten Gegenstände. Aber nur, wenn du die Werkstatt an ihrem Ort freigeschaltet hast. Ah, okay. Werkstatt. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Du wechselst mit links und rechts das Steuerkreuz zwischen den Optionen. Mit oben wählst du das Objekt der Gebäude, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke A, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objektes und deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwertet. Und die sich in deinem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. Okay. Gleiche Strukturen bauen, Möbel bauen, Dekorationen bauen, Energie bauen, Schutz bauen, Ressourcen bauen, Läden bauen und herstellen. Er schafft man was? Ah, Kochherd. Kochherd, Kochstation, Kochstation, Laborstation, Labor, Powerrüstung. Oh mein Gott. Ich werde jetzt schon overwhelmed. Davon bin ich noch nicht mal richtig im Spiel. Dann verlassen wir erstmal die Werkstatt. Halten, um die Werkstattmenü zu öffnen. Halt, gedrückt, um das Werkstattmenü zu öffnen, wenn du dich im Baubereich befindest. Ich drücke. Ah, jetzt kann ich hier jederzeit rumlaufen und Sachen bauen theoretisch. Aber ich warte erstmal, bis mir das zufällig irgendwie erklärt wird, bevor ich irgendwas Großartiges bauen möchte. Ich hoffe zumindest, dass es noch erklärt wird, weil ich jetzt eher zufällig drüber geschwörpelt bin. Obwohl, dass es halt die ganze Zeit schon da steht, dass ich jetzt dieses Werkstattmenü halten soll. Ah, okay. Jetzt nicht mehr. Ach, das ist das Haus, wo ich bin, mit dem Dings schon drin war. Dann gehe ich erstmal in das Haus da und dann über die Brücke. Ein Hunde, Dings. Häuschen. Ich wollte gerade sagen Haufen. Immer schön die Tür schließen. Dann weiß ich ja nie, wer reinkommen will. Superkleber und Tappetien. Kochstatt. Oh. Oh. Du hast Strahlungsschäden erlitten, der deine maximale Gesundheit reduziert. Such einen Arzt auf oder nimm Red Away. Okay, Red Away ist wirklich für die. Boah, macht ja auch Sinn, ne? Red Radioaktivität Away, ne? Die Brücke will ich noch nicht. Erstmal ins Haus. Herstellen. Ich kann braten. Ich kann Getränke herstellen. Habe ich aber ein paar Rezepte aufbereitetes Wasser und dreckige... Ach, dreckiger Ölgländer. Ich habe ja was mit Öl gelesen. ...Suppe und Verwertbares. Aber ich kann nur die Kakerlaken braten. Gerade. Gegrillte Art Kakerlake. Anfertigen. Entfernt. Gegrillte dazu. Anfertigen. 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 Okay, sonst kann ich nichts kochen. Braten wir auch immer. Und mal rein in die gute Stube. Es wäre geil, wenn man in so einem Spiel auch mal irgendwie... Wenn es was bringen würde, wenn man sich hinsetzt. Wenn man sich da zum Beispiel jetzt regenerieren würde. Dass die Gesundheit regenerieren oder sowas. Aber nö. Ich komme mir immer so dumm vor, wenn ich mich in so ein Spiel hinsetze, weil dann... Oh, Hundefutter. Weil dadurch ja nichts passiert im Endeffekt. Also man sitzt und chill eine Runde, aber man hat dadurch irgendwie keinen Sinn. Wenn ich mich in Real Life hinsetze, dann... Erholt man sich irgendwie schneller. Finde ich so... Es wäre halt ganz geil, wenn das in Spielen, also in Rollenspielen zumindest, auch übernommen wird. Vor allem, da ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass hier gar keine Gesundheitsregeneration stattfindet, wenn ich rumlaufe. Käpt'n Kosmos. Na, meinetwegen. So, überall radioaktive Interaktion. Ich sage, ob hier was los wäre. Damit sie Angst kriegen und abhauen. Das ist jetzt auch kaputt. Was ist das? Ein Motor. Trinkst du Wasser, stellt gesundheit wieder her. Nicht reinigt. Wasser verursacht allerdings auch Strahlungsschäden. Ja, aber wie kann ich das denn reinigen, wenn ich das nicht mitnehmen kann, um das zu reinigen? Okay, reingehen verursacht auch Strahlungsschäden. Ich habe es gar nicht getrunken, aber okay. Egal, wieder hoch. Fleisch von Mischlingshund. Ich dachte gerade, da steht wieder auf, weil er sich da bewegt hat. Raider, Stimpack, Impropistole, Schlagring und Gammler-Outfit. Lucky. Peepboy. Äh, Inventar. Ne, warte. Kleidung. Oh, geil. Ich kann rotes Kleid anziehen. Volt, Gewicht, Wert, ist okay, blablabla. Resistenz, Strom und Radioaktivität. 0,0. Radioaktivität geht da früh, wenn ich das anziehe. Also Radioaktivität, Resistenz. Aber mache ich trotzdem mal. Der Ehring bringt nur Wert. Aber den wollen wir trotzdem tragen, weil wir sind ja, äh, gelingst. Wir sind hier emotional. Äh, was war jetzt nochmal? Dings? Hefe. Und danke, dass du alle zusammengeschrieben hast und nicht nur Hallo, du. Verdammt! Weißt du, gerade lobe ich dich dafür, dass du das geschrieben hast und dann machst du es wieder kaputt. Schaden 13, 15. Mal da in die Waffendings rein. Impos schlechter. Einreifen, nehm ich auch mit. Ne, deutlich. Das sieht doch noch ganz gut aus. Aber kann man doch noch fahren. Fast. Wie sieht das neue Outfit eigentlich aus? Ah, okay. So kann man die Kamera außen rein zoomen. Ah, ich bleib trotzdem bei. Hallo. Bei dem. Das ist wohl deren Art von Motorrad gewesen. Ah, das ist der Unter. Ich rede mal mit dem Mund. Eigentümer. Dir geht's gut. Du bist ein Streuner. Los geht's. Hast du einen Eigentümer? Hast du einen Eigentümer? Okay. Lass uns zusammenbleiben. Das wollte ich auch schon mal von der Frau hören. Oh, ha, ha, ha. Schau deinen Hund an und drücke, äh, um ihm Befehle zu erteilen. Wo ist der Hund jetzt da? Ja, renner nicht weg, du Sau. Los. Drücke B, um keine weiteren Befehle zu erteilen. Okay. Das wollte er hier bellen. Ersthilfe. Nice. Brauer Hund. Was gibt's noch Schönes? Gediab Buttercup Hinterbein. Why not? Was soll der Hund? Ja, ich bin gleich da. Hetz mich nicht. Rattengift. Schon wieder so ein Gediab Dings. Cram, was auch immer das ist. Esso Drink. Ist natürlich leer. Uah, what the fuck? Ach, das wollte er mir sagen. Äh, fuck, wie saß da noch? Genau. Wieso, warum schieße ich denn da auf den? Torso, Kopf und los. Wozu habe ich überhaupt vier Schüsse einprogrammiert? Oh, wo ist bla bla bla. Und Zähne. Wann schon wieder rausgefunden? Hey. Reden. Ich kann mit ihm handeln, geil. Ich kann ja wirklich mit dem Hund handeln. Ich gebe ihm mal ein paar Patronen. Nee, aber ich hatte doch vorhin... Bla bla bla. Wo ist denn das? Fleisch und Bohnen. Grillte, bla. Gedi-Cup. Hey, Schatz. Und der Futter in der Dose. Ach, der kann meine Sachen tragen. Okay. Ja, ich gucke erstmal weiter. Das Drehkratz ist natürlich leer, aber ja klar. Amateurfunkbox. Blech stoßen mich auch mit. Was ist das? Schraubenschlüssel dürfte als Waffe dienen. Klammbrit meinetwegen. Red Rocket Terminal. Hihi. Roter, geht, roter, geht. Ja. Geschäftliche Einträge. Neue Ausrüstung installiert. Musste mich etwas mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn Sie das nächste Mal den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Corvega-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben, und passen den an. Na, das ist eine schöne Sache für euch. Rosafarmel-Restaurierung. Die Witwe Rosa aus Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn einen alten Corvega-Hübsch. Der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wie dem auch sei. Sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge allein geschafft haben. Entschuldigung. Sie ist nur zu mir gekommen, weil der Motor doch etwas zu kompliziert wie sie war. Ich bin sicher, wir können ihr helfen. Das ist doch schön für sie. Sichere Verwahrung. Jim, kümmer dich um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen früh. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen uns später dann eine langfristigere Lösung. Hey, wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich da Nein sagen? Okay, unter dem Laden ist irgendwo eine Höhle, wo ich rein muss. Und da gibt es dann Sachen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das alles durchzulesen. Aber okay. Bremsen von... Achso, das war es schon. Bremsen ausgetauscht. Monatsinspektion des Volt-Tech-Vans. Keine größeren Probleme, aber der Vertreter ist echt ein Hochdruck. Parmnesiges Arschloch. Ich kann Arschloch im Stream sagen. Donnerstag. Ich habe mit der Arbeit an einem neuen Motorrad begonnen. Vorkriegsmodell. Was zuerst aussah wie ein verklemmter Gashebel, hat sich als ernsthaftes Problem mit der Verkabelung herausgestellt. Die Kabel sind fast alle überaltert. Ich tausche sie durch Kabel aus Platin aus. Dass das alles so immer aufblinkt und so weiter, das stört irgendwie total parmnesen. Ich kümmerle manchmal ein bisschen durcheinander. Montag. Kühleck in einem der neuen Blabla. Coviga-Coupés. Transparente Blasen und auch Blasen und Blasen. Das ist irgendwie uninteressant. Automare Lichtmaschine von Coviga ausgetauscht. Okay, okay. Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Warum knurkst du mich denn jetzt an? Nur weil du den alleine besiegen musstest? Weil ich nicht aufgepasst hab? Pff. Ist da was da unten? Kaffeekanne. Nope. Sieht nicht so aus. Alter, ich kann auch so gut wie gar nicht zielen gerade. Weil ich hab gerade zwar den Hund jetzt dabei, der für mich alles tötet. Waffenwerkbank. Waffenwerkbank. Ja, hatte ich ja im letzten Mal schon gesagt, dass ich da noch nicht ran möchte. Hallo. Lass mich gehen. Im Moment noch nicht. Mach ich später Peter, wenn ich mehr Ahnung vom Spiel habe und vielleicht auch eine Waffe, die ich behalten möchte. Werkzeug, Kiste, alles meins. Ach, da sind Powerrüstungsstationen. Erstellen kann ich nicht. Transfer. Ja. Schmunzelsige Aschenbecher. Werkstatt. Hier kann ich wieder Häuser bauen. Wo muss ich überhaupt hin? In die Richtung irgendwo. Ach, Red Rocket. Also das Raketensymbol ist die Anzeige für die Tankstelle. Was ist ein Hund? Da. Oh, ich wollte gerade den Hund anschießen, weil ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich hoffe, das geht nicht. Nicht, dass ich den versehentlich mal schieße oder so. Nuka, Cola. Oh. Zuckerbomben, Fleisch und Bohnen. Oh, gibt es da richtig fette Beute? Rohnkorken auch noch. Noch mal Zuckerbomben. Ja. Gut, dass sie nur aus Zucker bestehen, dann sind die auch haltbar. Ach, komm, lass mich hoch. Ah, Klangmann, Aschenbecher. Aschenbecher. Safe. Was kriegst du eigentlich hin? Und macht das Schloss auf. Mentals und Buffout. Was auch immer das ist. Die haben auch keine Post. Alte B-Gerückung aus Menü mit den Skills zu öffnen. Äh, okay. Vergeben. Stärke, rippe, physische Kraft, bla. Wahrnehmung war für die Umgebung der 6er Sinn. Bestimmt die Waffenpräzision von im Wetz. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Ausdauer, physisch, Fitness, Gesundheit, stark, Sprinten, Aktionspunkte verbraucht. Erhältst du sofort einen Punkt. Charisma, Fähigkeit, andere bezeugen. Überredungskünste, verbessert Preise beim Handeln. Wertbestimmt die Erfahrungspunkte erhältst. Fähigkeit, Reaktionszert und Geschick. Der Wertbestimmt die Erfahrungspunkte du da hast. Und wie gut du schleichen kannst. Und wo, äh, was ist jetzt mit Schlossknacken? Wie mach ich das? Bestimmt die Aufladesrate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Ach, ich geh mal noch ein bisschen Auswahl bestätigen. Ja, ein bisschen Glück kann man immer gebrauchen. Nicht wahr. Oh, schade. Ich hab gedichtet, man könnte vielleicht auch Türen zerstören. Oder überhaupt was zerstören. Ist alles zu, zu. Hier ist mega zu. First Aid, alles meins. Nee, 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 nee. Irgendwie immer ein Cheese da. Ich hoffe nicht auf mich. Aber das meins. Oh, ich dachte grad, da wäre die Riesenspinne an der Wand. Den krieg ich wieder nicht entsperren. Wer hat, mein Hund hatte gekriegt. Wo ist der Hund? Aber ich dachte, ich habe endlich Munition. Ich höre mir grad. Ja, meins. und hat etwas gefunden automatisch, ganz viele Sachen was hat er denn gefunden? oder war das jetzt schon das mit der Waffe, die da eben lag? keine Ahnung ach da Pümpel Besen brauche ich natürlich auch muss er auch ordentlich sauber machen Ach das ist eine Figur Betritt das Museum nimm die Lasermuskete Glühbirnen sind wichtig das Weg Sicherung ist bestimmt auch wichtig Nix Minium Schutzzellen brauche ich auch Kann ich den Schutzzellen ansehen Äh nicht bei Waffen Ach das habe ich nur noch Das ist ja doof Lederkombi Ani der müsste doch jetzt nur noch das verbessern Na gut Aber mit dem anderen muss ich mich mal richtig beschäftigen weil irgendwie mich das gerade ein bisschen gewundert ich will ein Teil auswechseln und da wird komplett das ganze Outfit rausgenommen sich entweder Outfits oder alles einzeln zusammen machen oder what Ich dachte ja man könnte wenigstens Gürtel mal setzen ohne gleich den Rest des Outfits abzunehmen Ich sehe nicht so aus als ob hier was wäre Gasmaske Nice Kurz Lasermoskete Abgeschlossen Lasermoskete können aufgeladen werden indem du wiederholt X drückst und je mehr Ladung du verwendest desto höher ist der Schaden Okay Mal gucken Waffen Was eigentlich hier Mal untersuchen Steiner Verschluss Kurzer Belauf Keine Mündungsbremse Präzision Hier steht aber nichts mit diesem kurz warum da kurz dran steht ob das einfach eine kurze Waffe ist oder ob ich die einfach nur kurz besitzen kann weil Pistole ist auch eine Kurzwaffe oder ob die bereits Schadenstipp ballistische Energiestrahlung oder Gift Okay Oder ob die jetzt bereits verändert wurde Wenn du Rüstungstrickst wäre das deine Schadensresistenz gegen bestimmte Schadenstypen gegen andere Rüstungen sind aber wirkungs Also ob die jetzt zum Beispiel bereits abgeschnippelt wurde oder sowas Wie eine abgesägte Schrotflinte quasi Wisst ihr so Ja Rein in die Gutsstube Ich glaube nach dem So langsam kriege ich dann auch immer Hunger Was wo ist denn jetzt Ach da oben Hallo Okay Okay ein Schuss reicht um ihn zu killen Was ist eigentlich schon eine komische Waffe mit Dass man den Schuss immer selber aufladen muss Oh What the fuck Er will schon so eine Waffe wenn man immer nur einen Schuss hat und danach laden muss und nicht mal irgendwie nicht mal so ein Snipergewehr sondern ein ganz normales Gewehr Ist ein Rückschritt Fuck Radar Ark Oh Wieder vor die auf den und schießen Ist da noch jemand da Wo ist denn gleich vom Radar hin Habt ihr gerade hier einen Radar erschossen oder nicht Ach Nett Zu Pulver geworden Sperren Einsteiger Kann ich das? Hat er einen Hardklammern für benutzt Schloss knacken Bewege die Hardklammern mit L S Mit R S drehst du den Schraubenzieher Hast du den richtigen Punkt gewählt dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich Stößt auf einen Widerstand lass R S los und positioniere die Hardklammern Bill ist neu Okay Also hier ist schon mal kein Widerstand Man kennt das System ja schon von Also ich kenne das zumindest nur aus Assassin's Creed Äh Glaub ich zumindest dass das war Aber da hat man halt immer so ein bisschen schon Okay das ist ja Merkwürdig Ich muss hier nach unten gehen mit dem Stick Nach unten links drücken damit der oben links hingeht Oh fuck Klammer kaputt gemacht Fast 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 Das muss es ziemlich Ach geht doch Das wär's Ähm ja Ungenau wo man genau hin möchte Fusionskern Alles meins Ja jetzt hab ich zwei Jahre Klammern gegen Fusionskern ausgetauscht das ist auch nicht schlecht Das kann ich damit machen Willkommen beim T Bla 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 Ja genau Code Den lese ich jetzt vor Bestimmt Okay Hacken Wie eine Mödulle ist ein mögliches Passwort Drücke A um es einzugeben Ist ein gewähltes gewähltes Passwort nicht richtig wird die Zahl der richtigen Buchstaben sowohl Position als auch Buchstabe selbst auf dem Bildschirm angezeigt Treffer Bonus 0 Holes Okay Thomas These vielleicht Treffer 2 Das ist auch schon mal was These Also zwei Buchstaben sind schon mal richtig Vielleicht ist es ja hier doch Thomas Da ist nur noch einer richtig Ich baue nur noch einen Versuch frei Vielleicht ist es auch Real Aber dann wären glaube ich drei richtig außer das E wird nicht doppelt gezählt Was haben wir ja noch Ranks hat nichts mit These gemeinsam Laufsage ich Trips Nur ein Buchstaben gemeinsam Hinaus Holz Holz könnte es auch noch sein Das H und das S halt gemeinsam Aber da passt die Position nicht mehr glaube ich Ich probiere einfach mal Wheel jetzt What Sicherheitstor Entriegel Entriegel Entriegelt Okay ich hätte jetzt Hacken und also wenn das jetzt hier mit dem Schlossknacke nicht geklappt hat wahrscheinlich noch hacken können um das hier Ding aufzukriegen aber auf ist ja nun auf Aber ich wollte mal gucken wie das Hacken funktioniert Schrank ist leer Wollen wir mal hochgehen Ich hoffe nur die Gegner sind jetzt alle weg Ist hier jemand da? Ich würde vorher mal den anderen Raider noch erschießen Äh Looten hier Labelab Such dir einen neuen Skill Irgendwas Hier war einer und irgendwo auch sonst auch noch einer Hat er doch drei erschossen oder nicht? Ja Da Bispo Super Klebe Klebeband Kronkorkenfahrt Sehr schön Es lohnt sich halt doch immer wieder in solchen Spielen einfach nur rumzugehen und alles zu looten was man findet oder überhaupt danach zu suchen Jetzt bin ich reich mit Kronkorken Oh fuck Das wollte ich jetzt nicht Obwohl wenn ich schon mal da bin Raider Alles meins Dieses Wandgemiel erinnert an die vielen Opfer unter den tapferen Männern und Frauen der US-Streitkräfte von Lexington und Concord bis zur Küste zur Küste halt Mertrang Kielatis bis zur Boah was haben die alle für Namen Hamarikana im Laufe letzter Zeiten für die Freiheit unserer Nation gekämpft und ihr Leben gegeben Möge uns mögen uns die Opfer ihre Opfer daran erinnern dass Freiheit ein Privileg vieler ist das von einigen wenigen gewonnen wurde Geil Schon nice Ich schätze da geht es weiter und hier wird noch was zu plündern Nach da oben soll ich aber plündern Ach okay Da komme ich ja irgendwie her Irgendwie Irgendwo Irgendwann Lass die Leute reden und plünder einfach einen Schädel Nuka Kohle Automat Ich finde die Beschriftung ist irgendwie ein bisschen Was Oh Kommst du denn her Ach schon wieder Finde die festsitzenden Siedler Und ich dachte ich spiele fort und nicht Siedler Lol Eben habe ich übrigens einen Satz angefangen Ich habe keine Ahnung mehr was es war Egal War bestimmt nicht wichtig Aber für die Zukunft vielleicht erst gucken ob Gefahr besteht und dann looten Bin ich gerade im Kreis gelaufen Ne Ah hier ist noch ein Genau da ist der dritte vorhin den ich gekillt habe Hallo Minuteman What the fuck Ich bin auf der Durchreise Du schuldest mir was Hilfe gerne Minuteman Wer sind die Leute Die Welt hat sich verändert Meine eigenen Probleme Erzähl weiter Wer sind die Leute Das sah eine Zeit lang gut aus Aber dann haben uns die Gule vertrieben Vor einem Monat waren wir 20 Gestern 8 Heute sind wir 5 Nur ich Die Longs Marcy & June Und auf der Couch ist die alte Mama Murphy Und das ist Sturges Das ist eine grausame Welt Nein Weißt du ich weiß das nicht Was ich gesehen habe Was ich getan habe Naja Wir dachten Concord wäre ein sicherer Ort Wird das reichen Sag es mir Taugt hoffentlich was Das ist ja super Gute Idee Kann einiges bewegen Burgess Sag es dir Auf dem Dach ist ein Abgestürzter Vertiburg Hi Vorkriegszahn Hast du vielleicht schon gesehen Sieht aus Als hätte einer der Passagiere Was richtig Tolles Zurückgelassen Eine komplette Unbenutzte T45 Power Rüstung Schöner Bug in den Untertiteln Gerade Power Rüstung Klingt nützlich Ich werde nicht helfen Klingt nützlich Das ist ein heftiger Schutz Oh es wird noch besser Mit dem Anzug Kannst du Minigun Schon wieder Minigun könnte funktionieren Das ist Selbstmord Gut Idee Es könnte funktionieren Es wird funktionieren Wenn wir den Anzug Reaktivieren können Der hat keinen Saft Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren Er kann mit Energie versorgt werden Aber wir stecken fest Und wo ist die Lösung Lügner Das habe ich schon lange Schafft ihr einen Fusionskern Habe ich auch schon Abgeschlossen Setz den Fusionskern In die Power Rüstung Ich beklaue euch noch Im Größen Wahrnehmungswackelpuppe 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 Nur durch Beobachtung Und kennt man diese Schwäche Deine Wahrnehmung wurde Dauerhaft um 1 erhöht Sehr cool Meins Doch 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 ist es Äh Er ist ein dummer Köt Hallo Das lädt sich nicht mal Bis zu Ende vor Dark Meat Oh Aha Aha. Das ist unglaublich. Und das war so krass aus gemeint. Und sein Glück. Und sogar von dem, was gerade ist. Oh, jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Ich kann auch ein bisschen was von dem sehen, was gerade passiert. Bin ich jetzt auch begabt? Ich kann zwei Spiele sehen, dass ich gerade Fallout 4 spiele. Was ist das? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind. Aber ich weiß es nicht. Fuck. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist das nicht. Aber jetzt bin ich müde. Hätte ich das Gefühl nicht absprechen können? Du hast nur einen Auftrag zu erledigen. Die Minutemen sollten uns beschützen. Barbie hatte versprochen. Versprochen! Was ist das denn jetzt? Hm? Das ist mir eine komische Taschenlampe gewesen. Ich dachte auf... Wenn ich B gedrückt halte, mache ich den... Skillbaum auf da. Mach ich das halt auf Umwegen. Charisma, ja. Wenn die Freiheit ruft. Kann ich das nochmal machen? Nee, kann ich nicht. Hier bin ich reingekommen. Ich mache hier weiter raus. Ich spiele gar nicht. Doch, eigentlich spiele ich schon. Aber sind ja Gott sei Dank nur virtuelle Leben. Passt also. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Fuck. Das verkauft nicht zufällig jemand von denen meine Sachen, oder? Alles klar. Was ist los? Kommen wir jetzt hier raus? Mister? Oh Gott. Oh Gott, warum? 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 Ich bin nicht fair. Mimimimi. Ob's dir gefällt oder nicht. Wir alle zählen auf dich. Nö, es gefällt mir nicht. Danke. Danke der Nachfrage. Sturgis. Was? Schau mich nicht an, Neue. Ich repariere nur Sachen. Dieses Objekt wird bereits von jemand anderem benutzt. Jetzt nicht mehr. Pasch, wo der Vorderlich? Nämlich mal Freak. Ja. Oh lol. Kommentar über den Blablabla. Wenn es um eine Freiheit wie sie gibt, ist er mir nötig. Ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du überlegen. Direkt hier auf Anfang beim ersten Versuch erstmal ordentlich durchgecrackt hier, durchgehackt und so. Und sind außerhalb der Öffnungszeiten. Zum letzten Mal. Die Rotröcke in den Dioramen sind keine Spielzeugsoldaten. Und es wird außerhalb der Öffnungszeiten auch nicht mit ihnen gespielt. Bei zwei von ihnen ist schon die Farbe abgekratzt und heute Morgen hat bei einem der Fusssoldaten einen Arm gefehlt. Dieser Unsinn wird nicht länger geduldet. Jeder, der dabei erwischt wird, wie er mit dem Soldaten spielt, erhält eine Abmahnung, bekommt eine Stunde vom Lohn abgezogen und muss für die Schäden aufkommen. Ach, Spielverderber. Kakerlaken im Keller. Jemand vom Hausmeister-Service muss sich mal im Keller um dieses Kakerlaken-Problem kümmern. Macht es jetzt ganz still und leise, während das Museum geöffnet hat. Diskretion hat oberste Priorität. Wir können uns es sonst nicht erlauben, das Museum schon wieder zu schließen. Und es ist auch nicht hinnehmbar, dass ein Mädchen eine Kakerlake in ihrem Haar findet, während es etwas über Besteuerung ohne Vertretung erfährt. Diese Situation muss bereinigt werden. Sofort. Von Nash. Anchorage-Ausstellung. Anchorage meine ich. Sorry. Nach dem Treffen mit dem Direktor und dem Stiftungsrat habe ich leider schlechte Neuigkeiten zu verkunden. Unsere geplante Anchorage-Ausstellung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Museum verfügt derzeit einfach nicht über die Mittel, um die Umbauarbeiten zu finanzieren, die für ein so ambitioniertes Projekt nötig wären. Ich möchte mich aber trotzdem beim Kuratoren-Team und den Service-Mitarbeitern für die bisherige Arbeit bedanken. Letzter Eintrag. Mein Name ist Megan Hayes. Ich bin eine der Museumsführerinnen hier im Museum der Freiheit in Concord. Ich habe solche Angst, dass die Leute, die Blitze gesehen haben, sind sie alle, äh, als die Leute, die Blitze gesehen haben, sind sie alle abgehauen. Selbst ist Mr. Nash. Er ist einfach weggerannt und hat mich hier zurückgelassen. Arsch. Die Arsch. Und dann ist eins dieser Helikopterdinger der Armee ins Dach gekracht. Ich habe Soldaten gesehen, aber die sahen ziemlich fertig aus. Ich habe mich einfach vor ihnen versteckt. Ich bin erst seit einem Monat in Massachusetts. Boah. Das Wort mit M. Ich kenne eigentlich niemanden und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Okay. Ach, fuck. Ich habe sowieso schon zu viel mit und nehme noch mehr mit dir. Du hast Ausgabe von RoboFun gefunden. Zählt. Holoband. Spiel. Atomic Command. Nice. Ach, warte mal. Ich kann auch hier... ... ihm Sachen geben. Hey. Hey. Hier drüben. Aufgepasst. Äh, Handel. Ähm, was war es mit dem Wechsel nochmal? Spieler, äh, T, genau. Meine Mütter. Meine Waffen. Meine Kleidung. Hilfsmittel. Mein Schwott. Wie kann der überhaupt tragen, ne? Und... Oh, ich weiß, das sollte jetzt reichen. Er bleibt ja eh bei mir, deswegen... ... sollte das auch wirklich kein Problem werden. Öffnen. Müsste das eigentlich wiederholen können, wenn ich dann irgendwann mal einen Händler finde, wo ich den Kram verkaufen kann. Falls es sowas überhaupt gibt. Ah, das ist das Figürchen. Dogmeat hat etwas gefunden. Was denn? Bestimmt nicht diesen Riesenanzug, den ich da vor mir gesehen habe. Eingabe. Fusionskerl einsetzen. Mein Hund, das sind Schwierigkeiten. Ah, sehr, dann gehen wir da schnell rein. Stimperk, um ihn zu heilen. Wo ist der Hund überhaupt? Fuck. Au. Alter, Arm, deine Power ist uns verlassen. Das will ich ja nicht. Aber ich sehe auch keine Gegner gerade. Aber so. Ja. Das war's für heute. Ich hab grad arge Probleme, die Gegner überhaupt zu sehen. Was leuchtet denn da die ganze Zeit, wenn da kein Gegner drin ist? Oh, hallo. Upsli. War ich das... Oh, oh. Etwa? Lass mich hier ruhen. Lass mich hier ruhen. Lass mich hier ruhen. Alter, lass den Hund und ruhen. Kopf, linkes Bein, rechtes Bein. Mehr geht nicht. Warum sollte ich doch den schießen wollen? Geh von mir runter. Zack, zack. Oh, der Hund hat gekriegt. Das ist nicht... Alter. Niedrig benutze ein Stimpack. Isst was oder trinkt was? Ich seh meine Gesundheit überhaupt nicht. Wo ist die Anzeige jetzt gerade überhaupt? Ach da, Prozent habe ich. Also ich glaube, ich bin gerade der schlechteste Spieler hier überhaupt. Eliminierde die Feinde. Achte, auf der Seite. Au. Ach, Gott sei Dank. Der ist doch nicht tot. Oh, fuck. Oh, fuck. Das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Ich wollte doch nicht in ein anderes Gebiet gehen. Habe ist das auch ganz wichtig. What the fuck? Ich glaube, ich muss erst mal zurück. Ich mache mich durch. Ich bin Arzt. Pitboy. Eine ganz andere Version des Pitboys. Hilfsmittel. Stärke, Ausdauer, Plage. Keine Ahnung, ich mache mich mal mit. Ach, das ist alles radioaktiv verseucht. Was ich gerade futter, fällt mir gerade mal so auf. Oh, ich futter und futter und futter und futter und futter und dann ist das hier, wird das erste Nacht zu gut geschrieben, was ich gut geschrieben, was ich gefuttert habe. Ja, Verschwendung. Ist das schön, wenn man ein Spielzeug hat, von dem man keine Ahnung hat. Ich bin gleich wieder voll. Um keine Handen zu werfen oder Minen anzulegen, rüste sie über den Pitboy aus und halte RB gedrückt und lasse sie wieder los. Okay. Danke, Sir. Oder muss ich die Sachen einfach wiederverwerten, vielleicht in der Werkbank, dass ich die gar nicht verkaufen kann? Ich hatte ja vorhin schon mal was wiederverwertet, aber nicht alles. Egal, ich jetzt mal rein und danach muss ich dann auch so langsam mal ein Päuschen einlegen. Aber erst mal wird die mit den Quatsch. Entschuldigung. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Alle okay? Ich bin auf meiner Seite. Wir sind keine Freunde. Alles okay? Willst du dir jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sich... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minute Man gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Fusionszellen und Kronkorken. Was jetzt? Ich nehme es nicht wegen Geld geholfen. Gerne doch. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Jetzt zu Preston in Sanctuary. Was tun? Vielleicht? Nein. Ja, warum nicht? Das Loch ist in meinem Bauch. Rede weiter. Okay. Hörer. Du bist eine Frau ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Unsinn. Gott sei Dank! Seid mir eine alte fürchte Lady, dass mein Sohn lebt. Ich hätte so... Ich bin ganz ohr. Also, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam. Und es liegt nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große, grüne Juwel, das kommen war. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Begonnen des Juwelzes. Begib dich nach Diamond City. Oh, mache ich. Das ist nicht klar. Du bist nutzlos. Ich brauche mehr. Diamond City. Was ist denn Diamond City? Ist schon unlob. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Kämpfe bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer Segen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin wird es auch brauchen. Genau, also lasst sie sich mit Drogen vollpumpen. Du, Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher, rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzielt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt können wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy jetzt gesehen hat? Lerner als das hier kann ich wohl kaum machen. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Mark, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, wir müssen gehen. Ja, wir müssen gehen, und zwar, um das Loch in mir zu füllen. Before out wird nicht mehr, was auch immer das war. Ja, das Loch in mir füllen, und das ist nicht in meinem Herzen, sondern in meinem Bauch. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen und verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder streame. Bis zum nächsten Mal, bye-bye.